Das hier sind glutenfreie Linsentortillas, die nur aus einer Zutat bestehen. Ich habe getrocknete rote Linsen in eine Schüssel gegeben, mit Wasser übergossen und für drei Stunden quellen lassen. Danach werden sie abgespült, in einen Mixer mit Wasser und Salz gegeben und ordentlich püriert. In einer Antihaftpfanne kommt Öl, geben unser Linsenteig dazu und streichen ihn mit kreisenden Bewegungen von innen nach außen aus. Der wird jetzt nur noch von jeder Seite gebraten und fertig ist unser veganes Wunder. Und mit was ich diese leckeren Linsentortillas belegt habe, zeige ich im nächsten Video.